Jo, jetzt bin ich hier, da hinten seht ihr, von da sind wir gekommen, dann bin ich die Küste hier lang, hab dann hier die Zinnfuhrerter gesehen und wer da steht, seht ihr auch, da steht schon wieder ein Troll. Mal schauen, was wir da machen, schauen wir mal das Logo und dann gucken wir, ob wir den dann angreifen. Ganz viele Leder oder sowas brauchen wir glaube ich nicht mehr Trollleder. Ich kann auch nichts mehr aufnehmen, so wie es aussieht. Ja, ich trage 299 Kilo, das ist auch nicht so doll. Wir haben hier, achso die Trolllederhosen, ok. Jetzt ist die Frage, ob wir ihn angreifen oder nicht angreifen. Wie viele Pfeiler haben wir? Genug. Wenn ich den jetzt hier Äh, war jetzt vielleicht nicht die tolle Idee, ne? Fällt mir gerade so ein. Schwimmt der? Weiß gar nicht, ob der Bock hat zu schwimmen. Ne, der mag nicht schwimmen, das ist schon mal gut. Wahrscheinlich ist er gleich schneller rum, wie wir zu schwimmen sind, ne? Kommt der in uns her? Weiß ich nicht. Ja, kommt er. Das Schlimme ist, ich habe eben natürlich nicht auf die Pfeile rüber gemacht, ne? Ja, das war jetzt auch nicht so der Hit, ne? Ich habe geschwommen, ne? Und dann kam jetzt Pfeil und Bogen natürlich nicht. Ok. Ok. So viel haben wir noch nicht runter gemacht, ne? So viel haben wir noch nicht. Hälfte haben wir gleich. Hälfte haben wir gleich. Ich habe wieder keine Ausdauer, ne? Ah, ich habe mich getroffen. Ah, ich habe mich getroffen. Immer keine Ausdauer, das ist schlecht. Und jetzt habe ich hier noch solche Typen neben mir, ne? Ja, ich habe mich getroffen. Aber ich habe mich. ein bisschen nach der KCG-2. ula-2, und eben nach der KCG-2, nach der KCG-3, die KC-2, die KC-2. die KCG-3, die KCG-3, die KCG5, die KCG-22, die KCG-2, Jetzt habe ich natürlich wieder keine Energie. Den haben wir schon mal, jetzt ist der Axt raus, oder Speer, egal, aber jetzt haben wir die auch noch erwischt. So, und da hinten ist unser Wagen, den ich gebaut habe. So, da können wir jetzt hoffentlich was reintun. Steine, Knochen, Harz, immer alles mit jetzt hier. Leder auch, das ist erstmal gut. Jetzt, ich würde jetzt mal ganz gerne nur die Cover einfach nehmen. Kamera benutzen, so. So, wo ist der Troll? Was ist das hier? Ich glaube schon, oder? War das jetzt Trollleder? Ich glaube ja, ne? Können wir ja gerade reingucken. Ja, haben wir gehabt. Hier liegt so viel gerade rum. Packt ihr das so ein? Ich glaube ja, ne? Komm, die schmeißen wir mal gerade weg. Da waren auch noch so Sachen. Noch mehr Steine. Alle Steine wahrscheinlich. Da liegt auch noch was. Oh man, gleich ist der Wagen kaputt. Und es ist voll dunkel hier. Fackel kann man anmachen und den Wagen nutzen? Ja. Ist auch noch die Fackel kaputt gegangen, glaubst du so nicht, oder? Und wir haben gar keine zweite dabei. Auch geil, oder? Kann ich die hier bauen? Fackel, fehlt mir was. Holz und... Weißt du was? Ich schaff das auch ohne. Ich glaube ich muss hier lang, oder? Da oben links muss ich lang. Aber wir können mal gerade was essen, ne? Was ist denn jetzt hier mit Ausdauer? Ah je, der Honig war das, ne? Ja, das einmal würde ich jetzt nicht nehmen. Kommen wir hier lang gerne. Ohne dass es knallt. Ah, es hat wieder geknallt. Ja, wo ist er? Der Hirsch. Ja, gleich sind wir zu Hause. Ah, hier kommt es nicht weg, ne? Vielleicht müssen wir erstmal plätten hier und damit wir eine Straße haben, die hier lang geht mit dem Wagen. So, jetzt sind wir wieder an der Basis. Ok. Entladen. Das ist fertig, ok? Können wir was tragen? Können wir wohl... Was ist das? Achso, das ist... Gut. Ja, das muss hier fermentiert werden glaube, ne? Können wir hier noch was reintun an Essen? Ich glaube gerade nicht, oder? Zehn Flaschen haben wir da. Okay, wir können eine hier reinschmeißen. Und dann können wir weitere brodeln lassen, oder? Oh Gott. 14 Steine mitgenommen, auch cool, oder? Alles andere ist jetzt glaube ich ein Dingens. Und Steine ist voll, kein einziger passt mehr rein. Die sind sowas von im Sonsten. Ach, da hinten liegt noch welche. Warte, dann können wir die dabei schmeißen. Ah, jetzt haben wir hier ja gar nichts. Das Restliche ist alles im Wagen. Steine sind noch mehr da. Da ist ein Trophäe, die kommen da drunter. So, Harz. Und der Tannenzöpfen kommt hier auch noch hin. Dann erstmal weg. Steine ging nicht. Achso, wir wollten dann die Steine vielleicht hier noch hinschmeißen. Die habe ich jetzt irgendwo anders hingeschmissen. Das war jetzt nicht so prickelnd vielleicht. Vielleicht stellen wir uns mal so hin, dann können wir die hier auch hinschmeißen. Gut. Die kommen hier rein. Dann haben wir da noch Holz. Dann haben wir schon genug Holz, ne? So, Federn gehen nach drunter. Das geht nach drunter. Die waren draußen gerade. Leder geht nach drunter. Ja, Trophäe geht auch nach drunter. Das geht woanders. Aber ich glaube ich kann fast alles mitnehmen bis auf das Eisen. Ne, das war falsch. Hier müssen wir hin. Lederknochen, Federn, sonst noch was hier, das Trollleder. Dann sind wir hier erst ruhig. Hier haben wir gerade nichts. Das Geld war hier drunter, ne? Ja. Warte, hier ist die Trophäe. Es ist erledigt. Raus. Wo waren die Steine? Da? Ne? Da drunter mit, ne? Ja. So, hier kommt der noch bei. Und das kommt die noch bei. So, neue Distel. Wann ist die da? Ja. Alles weggeräumt. Sehr gut. Aber hier ist noch was drunter. Nämlich unser Eisen. Äh, Zinn. So, und das muss hier rein. Er ist voll. Und glüht schon. Reparieren. Drin auch noch reparieren gehen. So, Aufwertungen sind keine möglich, oder? Der Speer. Und jetzt stechen 32. Da hätte er achtmal. Also wir haben die Möglichkeiten. Holz, Feuerstein und Lederreste. Was war hier drin? Ah. Und Holz. So, dann können wir das machen. Ah, zu schwer. Speer. Speerrad reparieren. Feuersteinspeer. Aufwerten. Jetzt ist es nicht mehr zu schwer, ne? Neun Holzwanders, die ich da gebraucht habe. Okay. Einiges an Feuerstein oder was gepostet. Okay. Und hier noch das Leder rein. Gut. Aufwerten. Feuersteinspeer konnte man hier aufwerten. Okay, haben wir gemacht. Der geht aber nicht mehr. Der ist ausgearbeitet zur Zeit wohl. Da ist Stufe 5. Und das ist auch Stufe 5. Das haben wir noch nicht. Also kann man da nichts machen. So. Haben wir denn alles an? Ne, ne? Dann zieht er das aus. Lass uns kurz gucken, ob wir das noch heile machen können. Also heile nicht, sondern aufwerten können. Troll Leder Tunica. Das können wir auch noch aufwerten. Was war das Knochen? Ich glaube Knochen war das gerade, oder? Was kann er jetzt? Also ich könnte jetzt noch mehr aufwerten, ne? Rüstung 10. Rüstung 10. Rüstung 10. So, jetzt geht das leider nicht mehr. Weil uns jetzt wieder Troll Leder fehlt. Gut. Jetzt nochmal gucken. So, lass uns das Leder erst schnell hier wieder rein tun, bevor wir es mitschlüren. Und das da auch rein. So, das hat Rüstung 8. Das hat Rüstung 12. Also das. Okay, da haben wir jetzt hinten überhaupt den Helm reingeschmissen, ne? Rüstung 8. Rüstung 12 war das. Rüstung 10. Rüstung 12. Rüstung 10. Okay, da sind wir besser geschützt. Passt erst. Schmele hell draußen. Sehr schön. Was macht unsere Zinnverarbeitung? Und wir können hier noch was reinschmeißen. Was haben wir hier noch? Wir haben noch 10 Zinnen. Haben wir noch Kohle. Ja. Die wird bestimmt auch gleich alle sein, ne? Da ist nur noch 6 mal drunter. Das heißt, wir können auch gerade Holz holen. So, 25. Zack. Fertig. Wir haben schon Kohle vorbereitet, aber es ist nicht schlimm, wenn wir genug davon haben. So, die Kohle hier rüber. Jetzt haben wir nochmal zwei Barren rein. Da können wir die Barren auch gerade mitnehmen, aber wir wollen hier noch was machen, oder? Zwei. Was wollten wir denn basteln, ne? Bronzepäule wollten wir eigentlich haben, oder? Haben wir keine, ne? Weil die waren besser noch. Stechen 32. Dafür braucht man Bronze. Herstellen, zweimal, dreimal, viermal, so das reicht auch. So was war das? Bronze, Pfeile. Jetzt brauchen wir Holz und Federn noch. Holz und Federn. Federn gibt es drinnen. Immer die 50, dann klappt das auch. So und dann machen wir Bronze Pfeile. Mehr gehen nicht. Wie viel haben wir davon jetzt? 80, 27, 32, das sind 5, mehr, mehr ist das nicht. Naja, aber vielleicht ist es das entscheidende, was wir daran brauchen für den Dingens. Wie heißt denn der Typ da noch, der Waldschrad da? Wir werden sehen. Jetzt höre ich nichts mehr, was verarbeitet werden kann. Das holt jetzt hier rein. Die nicht da rein, die Bauern kommen auf der anderen Seite rein. Da haben wir reichlich von, da müssen wir noch gucken, dass wir Kupfer kriegen. Gut. Die Federn kommen hier hin. So, passt's. Würde ich mal sagen, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf meinem Kanal teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.